In der Nacht seines Todes hat die Familie also gemeinsam den 85. Geburtstag ihres Vaters gefeiert. Sie glauben, einer aus der Familie hat ihn umgebracht? Das wollen Sie andeuten? Wer ist der Kerl? Mr. Blanc ist Privatdetektiv. Von bestem Ruf. Ich habe ein Tweet über einen Artikel im New Yorker über Sie gelesen. Sie sind berühmt. Mein Vater hat Selbstmord begangen. Wieso sind Sie hier? Ich vermute Fremdeinwirkung. Die Familie ist zutiefst verzweifelt. Und in der Verzweiflung zücken die Menschen gern die Messer. Eigenartig Ransom, die Beerdigung lässt du aus, aber zur Testamentsöffnung erscheinst du. Guck mich doch. Wirklich reißen. Ich schiebe dir, dann lässt du die fettige Schlechel so. Das sollten wir öfter so machen. Sie haben mich alle belogen. Ich warte auf die große Enthüllung. Oh mein Gott. Ich glaube, es gibt da etwas, das Sie mir sagen wollen. Oh mein Gott. Ich glaube, es gibt da etwas, das Sie mir sagen wollen.